Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Merles Gartenwelt. Ich zeige euch heute, wie man Chilis anpflanzt. Das Ganze mache ich mit einer Lila Luzi. Das ist eine Chili-Pflanze, die bunt ist und zwar, ich glaube, insgesamt fünf Farben hat. Also einmal Lila, Weiß, Gelb, Orange und Rot. Und zwar sind das die verschiedenen Stages, wie sie quasi reif wird. Also sie ist erst Lila, es hat eine Lila-Blüte, wird erst Lila, dann färbt sie sich weiß, entsättigt quasi, geht dann ins Gelbe, dann Orange und dann Rot. Die Pflanze empfehle ich jedem, der einen bunten Garten möchte. Ich selber zum Beispiel esse sie gar nicht. Ich habe nichts mit Chilis zu tun, will damit auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber die Lila Luzi ist so hübsch, dass ich mir die gerne in den Garten stelle und auch gerne wieder in den Garten stelle. Die Blätter müsst ihr euch vorstellen, so rötlich wie rotes Basilikum. Ich blende euch auch nochmal ein Foto ein, das ihr jetzt sehen könnt, wo ihr seht, wie sie im Sommer ausgesehen hat. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst oder ein Abo. Das tut gar nicht weh, geht ganz flott und damit zeigt ihr mir, dass ihr die Videos gut findet, dass ich damit weitermachen soll und dass ihr einfach Spaß habt, das zu schauen und mehr davon möchtet. Dann produziere ich natürlich auch weiter und wir können in diesem Jahr das Gartenjahr gemeinsam bestreiten. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video und los geht's! So, ich habe also angefangen. Ich bin rausgegangen und habe an meiner Lila Luzi, die draußen noch steht, die ich noch nicht abgeschnitten habe, mir Chili-Pflanzen gemopst, die noch gut aussehen. Dabei müsst ihr darauf achten, wenn ihr noch eine Lila Luzi im Garten habt oder auch natürlich jede andere Chili, das könnt ihr quasi darauf anwenden, dass die Chilis, die ihr euch dann holt, noch nicht verschrumpelt oder angetrocknet sind, sondern dass sie noch saftig und gut aussehen. Ich habe außerdem geguckt, dass die Chilis in einem weiteren oder reifen Stadium sind, weil je reifer natürlich die Chili, desto reifer auch das Saatgut und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch Chili nachher aus der Pflanze rauskommt. Ich habe mich jetzt in diesem Jahr dazu entschieden, kein neues Saatgut zu kaufen, weil ich habe noch so viele Pflanzen, die draußen dran sind. Ich habe auch getrocknete Chilis, wovon ich mir auch Saatgut mopsen könnte. Ich wollte das in diesem Jahr einmal mal ausprobieren, eine alte Chili aus dem vorherigen Jahr zu nutzen, um das noch nasse Saatgut dann einfach einzupflanzen. Wenn ihr jetzt zu Hause Saatguttütchen habt, dann habt ihr getrocknetes Saatgut. Das ist ja circa ein bis zwei Jahre haltbar, je nachdem, wie lange ihr es schon oder wann ihr es gekauft habt. Dann gelten für euch natürlich die ersten Schritte nicht. Dann könnt ihr eigentlich direkt einsteigen, da wo es dann ans Bepflanzen geht. Für alle anderen zeige ich euch jetzt einmal, wie ich das Saatgut entnommen habe. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von Paprikas oder anderen Chilis, die ihr schon mal geschnitten habt. Oder auch Pimentos, das kennt ihr ja bestimmt auch alle, die Bratpaprika. Das ist ja alles eine Familie und da sieht natürlich auch das Saatgut ähnlich aus. Noch ein kurzer Disclaimer. Wenn ihr auch nicht so gerne Chiliöle, ätherische Öle an euren Fingern haben wollt, dann empfehle ich euch Handschuhe anzuziehen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch aus der Küche beim Kochen. Chiliöl an den Fingern ist nicht so spaßig. Deswegen, ich hatte keinen Bock darauf, dass es mir in die Nase oder in den Mund oder in die Augen kommt. Deswegen habe ich mir Handschuhe angezogen. Dadurch, dass die Lila Luzzi recht klein ist, sind natürlich auch die Saatkörner sehr klein oder die Samen sehr klein. Und ihr seht hier, ich schneide erstmal den Stängel ab, dann halbiere ich die Frucht und gucke mir einfach mal an, wie das so aussieht. Dadurch, dass die Pflanze jetzt schon eine Weile draußen steht und natürlich Winter ist, die Pflanze lebt nicht mehr wirklich, müsst ihr einfach darauf achten, dass die Chili nicht von Schimmel befallen ist. Also keine Schimmelpilze, keine schwarzen Flecken dürfen vorhanden sein. Weil wenn ihr das einpflanzt, kann es einfach auch sein, dass ihr zwar eine Chili-Pflanze bekommt, die hat dann aber eher schlechte Chancen, eine große, tolle Pflanze zu werden, wenn sie überhaupt keimt. Deswegen müsst ihr da unbedingt darauf achten. Und ihr seht es auch hier, ich habe welche aufgemacht, die waren eher dunkel, hatten dunkle Flecken, die habe ich sofort weggetan. Eigentlich hat schon eine einzige Chili gereicht für die Anzahl an Chili-Pflanzen, die ich anpflanzen wollte. Im nächsten Schritt habe ich also mir Erde genommen. Das Ganze, ihr kennt es schon, ihr kennt meine schöne silberne Schale. Wenn ich drinnen anpflanze, nutze ich die einfach sehr gerne, weil ich kann mir von draußen schnell Erde reinholen. Und man muss nicht draußen in der Kälte gärtnern, weil das ist mir jetzt aktuell tatsächlich auch zu kalt. Und dann packe ich mir einfach die Erde da rein und ich habe noch so ein großes Holzbrett, das habe ich auch noch mit als Untergrund reingenommen, einfach damit ich nachher nicht so viel putzen muss. Ich habe diesmal auch wieder Handschuhe angezogen, jetzt aber Gartenhandschuhe, die waren eh schon dreckig mit Erde und nutze die einfach furchtbar gerne dann, um die Erde reinzutun. Ihr wisst es schon, ich benutze nicht so gerne Schaufeln für so kleines Zeug, weil damit macht ihr mehr Dreck, als ihr damit eigentlich euch helft. Also nehmt euch Handschuhe, Gartenhandschuhe oder meinetwegen Gummihandschuhe, wenn ihr die Hände nicht dreckig haben wollt und packt dann einfach schön die Erde in die Töpfchen rein. Das Ganze leicht andrücken, wichtig ist nämlich, wir drücken vorher an und nicht nachher. Das Saatgut bzw. die Keimlinge müssen ja nachher entspannt rauskommen können, deswegen müssen wir vorher andrücken, einmal rundum und dann geht es weiter, indem wir uns anschauen, welches Saatgut denn da nun wirklich geeignet ist. Ich habe es mir also angeschaut, habe mal geguckt, welche Samen dicker sind und noch eher ausgebildeter aussehen, als sie die eher nicht so ausgebildet aussehen und habe sie dann einfach mit der Messerspitze auf die Erde drauf getan. Erst auf die eine Seite, dann auf die andere Seite und habe dann, ich habe mir wieder den Gummihandschuhe angezogen, weil der andere leider zu dick war, einfach auf Saatgut reindrücken, mit dem Finger auf Saatgut und reindrücken, so circa einen Zentimeter, nicht zu tief, nicht zu hoch oder nicht zu flach, weil die Wurzeln müssen ja auch nachher irgendwo hin und dann häuft ihr einfach so, ich liebe das immer, wenn man dann so einfach diese lockere Erde einfach nur so da drüber macht. Bitte nicht mehr andrücken, einfach so lassen und am Ende nochmal angießen. Ihr seht es, ich habe es mit so einem Sprüher gemacht. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu der Erde, die ich benutzt habe, weil ja auch viele unsicher sind, was ist eigentlich mit oder welche Erden benutze ich wofür. Wenn euch das übrigens interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil dann mache ich auch ein Video dazu. Es ist nämlich schon wichtig, dass ihr schaut, welche Erde für welche Pflanze, auch gerade für drinnen. Viele nehmen dann nämlich einfach so Pflanzenerde, Kräutererde und das ist natürlich ein riesiger Dschungel aus Erden. Am Ende des Tages ist es alles irgendwie die gleiche Erde, was halt einfach nur die kleine Änderung ist, ist, dass ihr verschiedene nährstoffreiche Erden habt. Grundsätzlich nehmt ihr zum Anziehen von Pflanzen, also Saatgut aussehen und Keimlinge an, heranwachsen lassen. Dazu nehmt ihr eher weniger nährstoffreiche Erde, deswegen gibt es auch die sogenannte Anzuchterde. Chilis jedoch lieben Nährstoffe und natürlich hätte ich die jetzt auch aussetzen können in nährstoffarme Erde. Da ich aber langfristig die Chilis in diesen Töpfen erstmal lasse, bis sie ungefähr so groß sind, habe ich jetzt Erde genommen, die zwar, also die ist jetzt nicht nachgedüngt, aber es ist sogenannte Hochbeeterde. Das heißt, Hochbeeterde ist, sage ich mal, auf der Skala von nährstoffarm zu nährstoffreich und zugeballert mit Nährstoffen für die Pflanzen, so auf der Mitte, Mitte unten. Weil Hochbeeterde ist natürlich erstmal für alle Pflanzenarten geeignet, Möhren wie Radieschen wie aber auch Kartoffeln. Aber ihr müsst natürlich dann je nachdem, was ihr einpflanzen wollt, noch zudüngen oder aufbereiten. Und deswegen habe ich jetzt erstmal diese Erde genommen. Die ist okay für den Anfang und ich muss erstmal die nächsten ein, zwei Monate bis Mitte März nicht mehr nachdüngen, was ganz praktisch ist. Für dieses Video sind wir eigentlich schon fast fertig mit dem, was wir zu tun haben. Was jetzt noch passiert, ist, dass ich ein kleines Mini-Gewächshaus habe. Das Problem bei diesen Gewächshäusern ist, ihr müsst aufpassen, dass es nicht schimmelt. Deswegen habe ich auch bei meinem Mini-Gewächshaus oben das Rädchen aufgemacht, dass die Feuchtigkeit abgezogen werden kann. Das Ganze funktioniert dann so quasi wie ein Kamin. Es ist natürlich nicht so aufgebaut wie ein Kamin. Aber dadurch, dass oben Luftzug ist, wird die Feuchtigkeit rausgesogen und die Wahrscheinlichkeit, dass eure Pflanzen schimmeln, ist geringer. Gerade bei dem feuchten Saatgut müssen wir sehr auf Schimmel aufpassen. Wenn ihr also das Gefühl habt, es bildet sich ein Film obendrauf, dann direkt die Schritte einleiten, die es benötigt, um Schimmeln entgegenzuwirken. Da geben wir dann wieder einen pH-Wert rein und so weiter. Falls euch das passiert, schreibt mir. Da muss man so ein bisschen schauen, dass es nicht komplett aus allen Fugen gerät. Aber erstmal wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen. Wir nutzen das jetzt erstmal so. Deckel drauf, stellt euch die Chilis warm. Das ist wichtig. Das heißt, wenn Sonne bei euch reinkommen sollte, wenn es dann mal Sonne gibt, dann stellt die Chili an das sonnigste Fenster, was ihr habt. Und wenn ihr sogar eine Heizung habt darunter, dann stellt mit ganz, ganz viel Handtüchern oder irgendwie was, dass ihr so ein bisschen Abstand habt, dass es nicht zu heiß wird und schnell austrocknet, die Chili da drauf. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein und ich drücke euch die Daumen, dass es euch gelingt, eure Chili-Pflanzen, eure Lila-Luzi auszusehen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wir sind jetzt am Ende angelangt und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare oder meldet euch einfach bei Instagram bei mir. und ich wünsche euch viel Spaß, schon im Januar mit dem Aussehen anzufangen. Ich hoffe, ihr seid schon mit dem Basilikum dran und habt auch schon eure Zimmerpflanzen gerettet, so wie ich es euch in den letzten Videos gezeigt habe. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Genießt den Schnee, den ihr noch vielleicht habt. Bei uns liegt der noch. Und macht's einfach gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.